Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo und ja, wir hatten kein Neck, ey, ein Bildwunder. Aber ja, ihr seht schon, wir sind hier wieder im Kokos Wildpark. Und die letzte Folge, fragt mich, warum sie nicht ganz so gut angekommen ist, vielleicht weil ich nicht wirklich ein neues Gehirn gebaut habe und sowas, aber weiß man nicht. Auf jeden Fall haben wir da die Basics vom Hausbord nochmal angeguckt, hier dieses komische Häuschen hier gebaut, was wir erstmal entfernen werden. Und ja, ich hab mir dann ja gesagt, ich mache jetzt heute ein Advanced-Tootel und hab mich dann mal umgeguckt, ob ich nicht doch noch ein schönes Häuschen hier irgendwie reinbauen könnte. Und hab festgestellt, unser Zoo hat keine einzige Toilette. Ich meine, das muss geändert werden, ist logisch. Dementsprechend bauen wir heute ein Toilettenhäuschen, ja. Und das mit einem Haufen Advanced-Bautechniken. Und glaubst du mir, die werden wir brauchen, weil erstens ein Toilettenhäuschen ist meistens recht klein. Und zweitens soll das ein Toilettenhäuschen darüber werden. Also, ja, wie beim letzten Mal wird unten wieder die Timeline gesplittet sein. Also ihr werdet sehen, wo wir was machen und so. Und wir werden auf jeden Fall nicht groß drüber gehen, was wir beim letzten Mal gemacht haben, ja. Und logisch, wir brauchen wieder eine Location. Natürlich nicht in einem Gehege oder so. Die Frage ist bloß, wo. Toiletten generell immer in der Nähe, wo es gebraucht wird. Also hier irgendwo in der Nähe wäre ganz gut. Oder halt am Eingang. Und da hab ich mir gedacht, hier vorne, diese Ecke hier ist doch gar nicht mehr so schlecht. Ist in der Nähe von dem Essen-Trinken-Teil. Kann man hier reinbauen. Und, ja, dafür müssen wir natürlich erstmal hier Platz räumen. Und wir machen es einfach mal so. Und dann haben wir hier schon wunderschön ein Toilettenhäuschen-Platz. Und natürlich fängt man an mit dem Toilettenhäuschen. Weil, das wollen wir ja bauen. Ähm, hier unten. Toilettenblock. Ähm, wohin soll der gehen? Nach da soll er zeigen. Okay, perfekt. So. Grundhäuschen steht. Jetzt kommen die Wände drum. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich gerade eben aus Versehen den gesamten Teil, ähm, in, ähm, Mute gemacht hab und ihr dadurch nicht gehört habt, was ich gemacht hab. Also, erklären wir nochmal kurz, was ich getan hab. Ähm, obwohl machen wir es immer rückgängig, ja. Ähm, manche von euch werden jetzt schon wissen, was wir gemacht haben. Wir haben diese drei Teile ausgewählt. Dupliziert, hier vorgesetzt. Dann haben wir hier alles markiert. Und vom Gebäude getrennt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sollte man sowas vom Gebäude trennen? Weil wir es jetzt mit der weiteren Verschiebungstool hier reinziehen können. Und dadurch einen deutlich kleineren Überstand erstellen können, als mit der Grid-Konformität von dem Ding. Ja, ihr seht schon, hier haben wir einen ganz kleinen Überstand. Ja, und das bringt tatsächlich recht viel, wenn es um Detailgrad geht, ja. Ja, dementsprechend kann das nicht schaden. Und verglichen mit jetzt hier, diesem Häuschen hier, guck mal, wie riesig dieser Überstand hier ist. Ich meine, kann man machen, muss man aber nicht. Und, ja, schon haben wir hier einen wunderschönen Überstand drin. Und der ist auch deutlich kleiner, ja. Jetzt, als nächstes, gehen wir mal hin und bauen eine Fundamentnummer ein. Weil, ihr seht ja, wir gehen jetzt hier mit Holz direkt auf den Boden, ja. Das heißt, wir gehen in die Wände und gucken mal, wir haben hier, wenn wir unter Europäisch gucken, haben wir hier diese kleinen Wände, ja. Die können wir jetzt einmal nehmen und hier unten ransetzen. Und zum Beispiel so machen, ein bisschen im Boden stecken, so hier rum, an der Ecke. Und schon haben wir hier wunderschön so ein Teil. Auch wenn es scheiße ist, weil es irgendwie nicht connectet, außer du drehst es. Wer bei Frontier hatte diese Idee, dass man das so machen muss? Also wirklich, das ist so eine dumme Idee. Ich muss jedes Mal jetzt diesen Stein drehen, das wusste ich vorher noch nicht mal. Aber egal, dann drehen wir halt jedes Mal diesen Stein, bevor wir ihn platzieren. So. Schon haben wir hier vorne ein kleines Fundament dran. Das kopiere ich jetzt natürlich mal. Weil, ich hab keinen Bock, das jedes Mal neu zu bauen. So. Und so, 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 so. Und einmal komplett drehen. Ah, passt sogar perfekt. Brauchen wir gar nicht wirklich groß kopieren. Das gibt's auch selten. Und schon haben wir jetzt hier ein kleines Fundament dran. Das hilft auch extrem. Das hab ich an den anderen Dingern nicht. Und theoretisch könnten wir das aber auch mit, ähm, diesen Teilen hier machen. Ähm, wo ist das denn? Haben wir hier von gar keine gerade Wand? Achso, doch hier oben. Ja, mit den Dingern könnten wir auch machen. Wie gesagt, da müsste man dann das nur wieder mit der Technik machen. Hier oben dieses Dach. Ja, dass man das Gebäude trennt. Mit der Technik kann ich sowieso nur empfehlen zu arbeiten, weil die gibt euch sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Und mit sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten meine ich auch wirklich extrem viel. Weil, ja, die hat so ziemlich alles offen, was ihr machen könnt. So, jetzt hauen wir nochmal kurz ne, ähm, Dings dran. Eine, ähm, Dachrinne. Und dann gucken wir gleich nochmal. Äh, so. So, Regenrinne installiert. Und ihr seht schon, ich hab sie in so einem Grau gebaut jetzt und mit so einer Regentonne hier unten dran. Und, ähm, ganz ehrlich, finde ich, sieht gut aus. Wir haben jetzt hier unsere Rinne. Und genereller Tipp, wenn ihr hingeht und eine Regenrinne baut, drückt erstmal Erweitertes Verschieben. Dann könnt ihr ein Stück auswählen. Und ihr seht schon, das wird exakt in diesem Stück in der Mitte platziert, ja. Mit, ähm, Sachen wie diesem Ding hier funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut, weil, da seht ihr es, wenn ich das baue, setzt das ein bisschen höher. Aber, wenn ihr nur Rinnen baut, funktioniert das wirklich perfekt. Guckt euch das Ding hier an. Ja, okay, schlechtes Beispiel. Das müsst ihr auch noch verschieben, aber es hat wenigstens die richtige Höhe. Ja. Aber generell ist das immer sehr gut. X drücken, dann deinen Teil auswählen und dann bist du wenigstens mittig drauf. Wie gesagt, die andere Seite hat das auch. Und, ähm, ja. Das addet schon mal wieder ein bisschen sehr viel mehr zu diesem Häuschen dazu. Ähm, oh, und hier habe ich einen kleinen Fehler gesehen. Das Ding muss einmal gedreht werden, damit dieser Ausfluss auch begehbar ist. Oder benutzbar ist, eher gesagt. So. Jetzt haben wir hier dieses Häuschen schon mal. Und jetzt fehlen mir ja immer noch ein Haufen Details, ne. Uns fehlen ein paar Fenster vielleicht, oder zumindest Andeutungen von Fenstern. Und uns fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Wir gehen nochmal auf neue Welt. Hier suchen. Und, wenn wir dann mal gucken, haben wir hier noch, wo sind sie denn, wo sind sie denn, wo sind sie denn, wo sind sie denn? Hier, diese Stahlträger. Ja. Aber die sind gar nicht Stahlträger gewesen eigentlich. Wie hießen denn die Dinger? Keine Ahnung, warte mal. Gucke ich kurz nach. Ich vergesse jedes Mal, wie die heißen. Äh, wirklich jedes Mal. Und zwar hier diese Verstärkung hier an der Seite. Wie heißt du eine Wandleiste? So. Ähm. Beenden wir mal das Häuschen. Und, hauen die hier an der Seite rein. So. Und, so. Da haben wir unser Teil schon. Das kommt da jetzt auch rein. Und, das Ganze kommt hier jetzt rein. Einmal mit der Absicht, ein bisschen mehr Detail in die Wand zu geben. Weil, ihr habt ja gesehen, oder seht ja hier generell, die Wand ist ziemlich detaillos. Ja. Wenn wir da jetzt, ähm, irgendwelche Fenster hinzufügen, klar kommt damit ein bisschen Detail. Also zu. Aber immer noch nicht genug, finde ich. Jetzt hierbei ist allerdings wichtig, dass wir nicht über unser Fundament gehen damit. Weil ansonsten, ja, machen wir uns unser Fundament kaputt. Dann brauchen wir das Fundament gar nicht erst zu nutzen. Und, ja, da ist es ganz wichtig, ganz vorsichtig an den Kanten zu sein. Weil unser Fundament steht halt nur ein bisschen raus. Und, da müssen wir halt gucken, dass das Heilblatt. Und, ja, generell immer wichtig, Steuerung, ähm, D, äh, nee, Steuerung X ist es, ist erweitertes Verschieben und Kopieren. Das ist eine ganz wichtige Tasten-Kombination. Deswegen, ich klicke hier drauf, ja, nee, nicht da drauf, na, auf das Ding, drücke Steuerung X und schon kann ich das so hin und her verschieben. Das heißt, es bleibt in seiner Position. Ist sehr wichtig, glaubt's mir, ja. Weil, ihr seht schon, dadurch kann ich sowas alles hier machen. Kann das hier jetzt hochnehmen und sagen, ich will dich hier oben einmal drunter langlaufen lassen. Und, auch wenn ihr denkt, das sieht man doch fast gar nicht, es ist wichtig, glaubt's mir. Also, alles, was ihr auch nur sehen könntet, ist wichtig, in eurem Haus, ja. Wenn ihr wirklich vollständig detailliert sein wollt, ja, dann ist alles, was ihr sehen könnt, wichtig, ja. Könntet ihr es sehen? Ja, nein, ist eure Frage dann, ja. Und, ihr seht schon, wir machen hier diese Verstrebung halt, ganz gemütlich, überall ran. Kann man die hier vorne ran machen? Kann man. Also, drehen wir es nochmal um. Ähm, so. Und drehen es nachher vorne rüber. Äh, drehen, ja genau. Schieben es. Und schon haben wir es hier vorne auch dran. So. So einfach geht das. Und, ähm, ja. Jetzt seht ihr, haben wir hier schon deutlich mehr Detail dran. Aber immer noch nicht genug, ja. Heißt, wir wollen ja jetzt noch Fenster machen. Jetzt müssen wir halt natürlich gucken. Wir wollen eine Toilette bauen. Da bauen wir natürlich keine normalen Fenster rein. Wie gesagt, ich finde eigentlich die Dinger gut, aber die sind viel zu groß. Deswegen probieren wir mal mit denen hier und dann recht weit oben. Und dann stehen die ja so extrem weit raus. Das kann man einfach ignorieren und reinschieben. So nah, bis dann das Glas hier verschwindet. Ihr seht es ja. Das Glas verschwindet ab einer bestimmten Höhe. Und, ähm, ja. Dann braucht man sich auch nicht mehr drum kümmern. Das macht auch keinen großen Unterschied. Ähm, so. Und das, wie gesagt, ist halt jetzt eine Toilette. Da will man sowas haben. Dann können wir noch hier eine Klimaanlage mit dran bauen. Ähm, die Frage ist, wo haben wir sie? Hier, externe Klimaanlage. Ja. Ich meine, es ist eine Toilette. Die braucht sowas. Ähm. Bauen wir hier oben ran. Und in dem Fall, oder in unserem Fall, ist das jetzt keine Klimaanlage, sondern einfach eine Belüftung. Und wenn wir wirklich richtig durchziehen wollten, dann würden wir halt richtig hier so mitbauen. Aber, so. Damit haben wir jetzt hier ein halbwegs okayes Toilettenhäuschen. Ja, würde ich sagen. Aber es fehlt immer noch ein bisschen was. Weil die Wände sind trotzdem noch langweilig. Ja, und das können wir jetzt durch mehrere Sachen halt ändern. Wir können zum einen hier jetzt einen Fernsehbildschirm dranhängen an der Seite. Und ein bisschen Werbung laufen lassen, ja. Geht. Geht alles mögliche, ja. Steckt man hier so rein. Und schon hat man hier seine Custom Werbeanzeige, ja. Ihr seht schon, was haben wir hier so. Ah, ne, das sind die Hohen, die sind ein bisschen gestretched. Ähm, das sind Videos. Hier, guck. Da haben wir Werbung dran, ja. Oder ein bisschen was von irgendwelchen Tieren, ja. Könnten wir auch machen. Ja, da war der Axelottel irgendwo da. Ähm, ne, wie gesagt, könnten wir machen. Ist aber ein bisschen langweilig. Wir könnten jetzt auch zum Beispiel sowas hier dran bauen. Ne Giraffe oder so. Oder einen Affen. Oder hier so ne, ähm, Pfote. Ja. Und, ähm, ja. Geht natürlich alles. Und die Sache ist halt, will man das? Und was will man da dran packen? Ich glaube, ich gehe einfach in meinem Fall ein bisschen zu dem Überwucherten wieder. Also gehe ich wieder zu meiner Natur, suche meinen Efeu. Und fange dann damit an. Die Frage ist, ob ich es dieses Mal von oben kommen lasse. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil es hat schon was. Ich meine, es ist ein bisschen unrealistisch, weil eigentlich würde es hier nicht von oben wachsen, glaube ich. Aber wir könnten es ja auch umdrehen. Und so rum nutzen. Ja. Das müsst ihr immer in Betracht ziehen. Ihr könnt jedes Teil, was ihr in diesem Game habt, so nutzen, wie ihr es wollt. Ja. Das heißt, wenn ihr sowas zum Beispiel hier habt, wie ich hier gerade mache, ja, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ob das nun andersrum geplant war, zu bauen oder nicht, ja, könnt ihr trotzdem so rumbauen, ja. Und jetzt seht ihr, ich baue hier jetzt mit verschiedensten Sachen zusammen. Ja, das ist auch immer wichtig. Und wie gesagt, diese hängenden Dinger drehe ich dann halt einfach um, wenn ich es haben möchte. Und dann passt das auch, ja. Hier so eine extrem lange, könnte man hier zum Beispiel ran machen, ja. Irgendwo. So, da ran. Achso, ja gut. Die schwebt jetzt ein bisschen. Wartet mal. Machen wir so. Und schon haben wir hier jetzt eine vernünftige Efeu-Wand, ja. Ich finde, es sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Und das müssen wir natürlich jetzt aber, wenn wir es schon hier gemacht haben, auch an allen anderen Seiten machen. Weil ansonsten sieht es halt wirklich dumm aus. Jetzt muss man bei Efeu einmal aufpassen, dass es auch wirklich die richtige Seite ist. Weil eine Seite vom Efeu ist flach. Die andere Seite ist, ähm, ja, Blätter. Und man will immer die Blätterseite halt natürlich nach außen gucken. Und, ja. So, hier kommt es hoch. Und dann können wir jetzt hier nochmal alles, was wir hier gebaut haben, kopieren. Das ist auch wieder wichtig. Steuerung C, Steuerung V. Oh, wartet mal. Oh, nee. Das gehört nicht zum... Oh, nee. Okay, das ist jetzt dumm gewesen. Wir bauen das Ganze nochmal ab und bauen es neu. Ähm, da nehme ich euch aber nicht so mit. Achso, und jetzt nochmal eine Sache, die mir gerade auffällt bei diesem Efeu-Stückchen hier. Ähm. Ihr seht ja schon, ich komme hier nicht dran. Ich wähle immer das Haus aus. Was macht man da also? Man nimmt sich seine Kamera, stellt sie auf diese freie Kamera hier, begibt sich in die Wand rein und wählt dann das Efeu aus. Das funktioniert immer eigentlich, ja. Aber in das versperrende Objekt eingehen und dann funktioniert das schon. So, und jetzt beginnt das Ganze wieder von vorne. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder. Äh, so, und ihr seht es jetzt auch schon, ich probiere hier gerade oben ein bisschen mit Fenstern rum, weil ich würde gerne hier oben in der Mitte noch was machen. Und eigentlich finde ich da so ein Fenster gar nicht mehr so scheiße. Das Problem ist nur, ich mag diesen Außenring nicht. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir den angepasst? Lol. Es sagt Steinfarbe, aber es macht nicht die Steine. Okay, ja gut. Dann ist der raus. Das Problem ist, die sind auch nicht so das Wahre. Ja gut, dann haben wir halt ein Problem, weil der hier ist zu groß. Ja gut, dann haben wir ein Problem da oben, weil das ist besonders nervig. Die kleinen Sachen hat man sehr, sehr wenig. Dann können wir ja mal bei den Wanddekoren gucken. Hier, wie gesagt, sowas mag ich auch ganz gerne. Aber ich weiß nicht, ob das passt. Aber generell, einfach mal reingucken, wenn ihr irgendwas sucht. Was auch immer das ist für ein Zeug. Hier, hier, eine Salamander. Oder was auch immer das ist. Ganz ehrlich, das könnte man tatsächlich drauf lassen, aber... Nee. Ähm, die Sache ist generell, guckt einfach mal durch. Und limitiert euch nicht irgendwie auf bestimmte Sachen. Weil, guckt einmal durch alles durch ohne Filter. Ihr findet immer irgendwas Schönes. Das ist generell so die Sache. Und ob das nun aus dem Thema ist, was ihr haben wollt oder nicht. Ja, ihr findet es immer. Ja. Und den Außenanschluss, hier. Den müssen wir auch nochmal einbauen. Hier vorne ist so ein schöner Spot dafür. Und das ist genau das, was ich meinte. Mit ihr könnt nicht genug Details haben. Weil, ihr habt einfach eine Steckdose. Ja. Das ist nicht so häufig. Ein Lichtschalter. Okay, nee, den brauchen wir nicht. Ähm. Brauchen wir sonst noch irgendwas Schönes hiervon? Nö. Ein paar Blätter hätten wir hier. Ein paar Affen. Die passen aber nun wirklich nicht. Nee, schade. Ähm. Die Sache ist halt. Es gibt hier so ein paar Sachen, die man nehmen könnte. Ich weiß aber nicht, ob wir irgendwas jetzt direkt nehmen. Was ist das hier? Achso, nee. Das ist viel zu groß. Oh. Ich meine, der Löwe sieht stark aus. Aber passt jetzt gerade nicht. Und dann ist auch die Sache. Wir können vielleicht da einfach eine Beleuchtung hinein. So eine Lampe, die hier runterhängt. Obwohl, nee, die muss größer sein, wenn schon. Und dann wird es auch schon funktionieren. Die Frage ist, was für eine. Die hier ist nicht so das wahre. Halt, man kann ja auch rum experimentieren. Zum Beispiel mit so einer Lampe hier. Die kann man nehmen und dann einfach so hier reinstecken. So ein bisschen hier raushängen. Dann so machen. Und schon hat man hier eine Lampe. Also mal davon abgesehen, dass ich die gerade schrecklich gedreht habe. Und mit schrecklich meine ich auch richtig schrecklich. Ihr seht schon. Die ist ja hier wirklich kreuz und quer. Aber theoretisch, sowas würde gehen. Schon habt ihr eine Wandlampe, ja. Also das ist immer so eine Sache. Schreck nicht vor, zurück irgendeine Scheiße zu machen, sozusagen, mit den Sachen. Solange es gut aussieht, ist es nicht schlecht, ja. Oder zum Beispiel diese Teile hier. Kann man auch wunderschön nutzen und so in eine Wand stecken, ja. Solange es eure Wand hergibt, ja. Weil dann habt ihr hier eben diese, ja, wunderschöne Stelle hier, ja. Das funktioniert meistens. Aber nicht immer halt. Das ist das Problem. Und ich weiß nicht, finden wir hier eine Lampe, die gut aussieht? Ich glaube tatsächlich nicht, obwohl die hier, nee, die hatten zu großen Sockel. Zumal wir hier halt auch noch extrem limitiert dadurch sind, wie unser Teich hier aussieht. Weil, ja, wir haben halt hier diesen ganz, ganz dünnen Schlitz, den wir nur nutzen können. Und ich glaube tatsächlich, dass so eine Lampe hier das Beste ist, tatsächlich, hier oben drüber. Und dann ein Schild. Na, wir haben ja auch genug Schilder, dass hier eine Toilette ist. Weil, muss ja auch gewusst werden hier, jetzt bloß die Frage, wo haben wir Toilettenschilder. Ja, ähm, Toilette. Ja, ähm, welches nehmen wir? Das kleinere oder das viel zu große? Wir nehmen das kleinere. Nein. Und machen die Farbe anders, weil ich mag dieses so ganz helle nicht. Ah, gehen wir mal auf ein dunkleres. Und schieben es ein bisschen rein. So, schon passt das. Wir wissen ja, dass hier eine Toilette ist. Wir haben auch direkt die Zuordnung, das ist wichtig. Jetzt haben wir Frauen und Männer. Auch wenn es das Game nicht so macht. Aber Zuordnung ist drin. Und schon haben wir hier die Toilette drin. Und dieses Häuschen ist soweit ganz gut. Aber wir haben noch nicht alles an Möglichkeiten angeguckt, was man mit diesen Bautechniken machen kann. Und ganz ehrlich, ich leag jetzt mal ganz kurz mein Planet Coaster Projekt. Ja, ähm, so ein bisschen zumindest. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt nochmal im Planet Coaster. So, zuallererst jetzt vielleicht werden sich manche fragen, wie komme ich auf die Idee, zu Planet Coaster rüber zu gehen, einem komplett anderen Spiel. Und zwar liegt es daran, dass Planet Coaster einfach exakt das gleiche Bausystem hat, wie Planet Zoo, ja. Also wirklich exakt. Vielleicht ein paar andere Teile, die man benutzen kann, wie man hier vorne schon sieht und so. Aber das ist ja erstmal egal, ja. Mir geht es darum, um die Bautechnik. Und ihr seht schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte hier. Dieses Gebäude ist rund, ja. Glaubt mir, das war eine absolute Scheiße zu bauen. Aber es ist rund und fertig vor allem, ja. Oder was ist fertig? Halbwegs fertig, ja. Ihr seht schon, ich habe mir das jetzt hier rauskopiert. Und, ähm, ja. Dadurch sind hier an der Seite ein paar kleine Fehler drin. Oder hier oben im Dach fehlt ein Teilchen und so. Weil ich habe mir das rauskopiert, damit ich nicht in mein gesamtes Projekt liege. Ich meine, die meisten werden die Ahnung davon haben, werden sowieso schon wissen, was es ist an diesem Gebäude alleine. Aber, ähm, ja. Das ist so eine Sache. Und ich wollte einfach mal hier drauf eingehen, was wir hier alles gemacht haben. Weil das ist so eine Sache, die kann man in Planet Zoo genauso bauen, ja. Wir haben erstmal hier eine Besonderheit. Wir haben hier Custom Boden, ja. Heißt, wir könnten jetzt hier einfach einen Weg reinbauen. Und ihr seht schon, der Weg hier drin sieht so aus, als wäre der dieser Boden. Das kann man immer machen. In Planet Coaster, in Planet Zoo, geht überall, ja. Ihr seht schon, hier der Weg. Man sieht nicht, dass es ein anderer Weg da drunter ist, ja. Das hat einen sehr, sehr großen Vorteil, dadurch hat man deutlich mehr Auswahl. Weil wenn wir hier zum Beispiel in den Weg gucken, ich habe hier zwar eine Auswahl an Wegen, die ich nutzen kann. Aber wenn ich jetzt hier in, ähm, ja doch, Gebäude, unter die Dächer gucke und Flachdächer, guckt mal, was ich hier für eine Mehrauswahl habe, ja. Ich meine, da könnte ich so welche Platten nehmen, ja. Also die Platten empfehle ich sehr als Boden zum Beispiel, ja. Die gibt es jetzt leider nicht in Planet Zoo. Aber in Planet Zoo gibt es ähnliche Auswahlmöglichkeiten, ja. Da gibt es immer Neuigkeiten, neue Sachen und so. Und wer weiß, vielleicht kommen in Zukunft auch mal solche ähnliche Platten, ja. Weil die Dinger eignen sich wunderbar als Fußboden, ne. Haben wir nur nicht als Weg. Heißt, man baut sich seinen eigenen, äh, Fußboden. Das geht, würde ich nicht empfehlen auf große Distanzen. Besonders nicht auf kurvige Distanzen. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Platz baut, und das hier ist aus einem Platz, ja. Wie man sich, äh, äh, denken kann eigentlich, ja. Dann funktioniert das sehr, sehr gut, ja. Besonders wenn man die Ecken von Gebäuden verlankiert hat, sozusagen. Oder irgendwelchen großen Büschen und so, ja. Weil, das Problem ist, ihr seht schon, das ist eckig. Normalerweise ist hier in diesem Teil ein Gebüsch, ja. Ihr seht hier noch einen Stein vom Rand des Gebüsches. Das geht normalerweise hier so rum und macht dann hier so seine Kurve. Das müsst ihr dann natürlich verdecken, dass hier diese Kanten eckig sind und so, ja. Und da drunter den Weg zu bauen, das wird eine ganz andere Geschichte. Das kann ich euch eventuell nächstes Video mal zeigen. Weil, in meiner anderen Welt habe ich hier einen Weg drunter. Und der ist nervig genug gewesen. Aber, ihr wollt ja noch ein Weg-Tutorial machen, also da kümmern wir uns dann darum. Aber, dieser Boden, eine Sache für sich selber. Dann, können wir ja mal ganz kurz was gucken. Und, wir haben hier insgesamt 42 Gebäude. In diesem einen Gebäude sozusagen, ja. Ich meine, wenn wir hier mal draufklicken, das ist ein Gebäude. Das Ding hier sind alles einzelne Teile sogar. Dann haben wir hier, jeder einzelne dieser Fronten ist ein Gebäude, ja. Und glaubt es mir, das ist nervig genug, ja. Und dann das hier ist ein Gebäude, dann haben wir hier hinten ein Gebäude, hier ein Gebäude, hier ein Gebäude. Und so weiter und so fort. Also, ihr seht schon, das dreht sich hier ein bisschen im Kreis und sowas. Und dadurch funktioniert das Ganze dann auch alles. Und hier oben dieser Turm ist tatsächlich nicht ein Haufen unterschiedlicher Gebäude. Aber, die Sache ist halt erstmal, seid nicht zurückhaltend mit Gebäuden. Ihr seht schon, hier sind genug, ja. Wenn ihr eine Kurve bauen wollt, müsst ihr Gebäude trennen. Und je enger die Kurve, desto schlechter sieht es aus natürlich. Aber, in diesem Fall geht es eigentlich, ja. Als kleiner Tipp, wenn ihr eine gleichmäßige Kurve machen wollt, das funktioniert sowohl im Planet Coaster als auch im Planet Zoo, nützt einen Weg, ja. Weil, ihr seht schon, diese Kurve ist gleichmäßig, ja. Wenn ihr die baut. Ja gut, wenn man sie so hat. Und dann baut eure Kurve an dieser Wegkurve entlang, ja. So habe ich diese Kurve auch gemacht. Ich bin hingegangen und habe hier einen Weg gebaut, der dann halt einmal hier gerade war. Und dann geht man auf die andere Seite, wenn einer das Spiel lässt, und baut dann hier halt eine Kurve rein. Natürlich würde das halt nicht hier rein snappen. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Ja, ähm, das ist ein guter Tipp dafür. Dann, ähm, haben wir hier Häuser in Häuser. Ja, ihr seht schon, von vorne sieht es gut aus. Wenn wir in das Haus reingehen, hier ist absoluter Mess, ja. Also das ist der absolute Nachteil an sowas. Ja, ihr seht schon, ich habe hier einen Shop drin. Aber es sieht einfach nur so aus, als würde man hier reingehen, ja. Ins Gebäude. Dann, hier wieder die Technik, dass wir mehrere Sachen in einem haben. Weil eigentlich liegt dieses Wandding, ihr seht schon, ähm, diese Wand da unten backt da drin, ja. Ähm, ich muss mal ganz gut so machen. Hier, ihr seht schon, das ist eine klassische Ziegelwand, dann hat man hier eine Glaswand. Und dann hat man hier nochmal das Dach oben drauf. Ja. Das ist alles einzeln, ja. Normalerweise sieht die Glaswand halt so aus, ja. Das habe ich jetzt einmal als Tür genutzt. Und man erkennt es, glaube ich, auch, dass es eine Tür sein soll. Und das ist eben so die Sache. Nutzt Sachen, die nicht als das gedacht waren, was ihr eigentlich haben wollt, ja. Und das ist einfach generell so, ja. Oder hier oben, ich weiß gar nicht, sind die Dinge als Fenster? Ach ne, undurchsichtige Glaswand tatsächlich, wurden sie als Fenster geplant. Und, ähm, ja, die Sache ist halt, ähm, ihr müsst halt entscheiden, wollt ihr es von außen schön haben, dann habt ihr sowas hier zum Beispiel. Und dafür von innen scheiße, weil ich kann da nichts gegen machen. Ich brauche halt diese Wand. Und die muss dann halt hier reingucken, ja. Weil wir haben keine Inverted Slopes davon. Ja, die gibt's nicht. Ja. Ähm, dann haben wir zum Beispiel hier die Sache. Unser Dach guckt hier ein bisschen durchs Dach durch, ja. Kann ich nichts gegen tun, ja. Ist einfach so. Und dementsprechend, ja, nichts zu tun. Hier auf der Seite habe ich diese Kunstform genutzt, um die Lücken zwischen den Dächern zu füllen. Geht auch nicht wirklich anders, weil bei so außen gewölbten, ähm, Kurven ist das ganz, ganz schwer. Ihr seht schon, hier oben ist es nervig gewesen. Ja, die schneiden sich hier alle. Und da müsst ihr dann halt gucken, dass ihr das auf einem Minimum haltet. Weil es soll dann in dem Fall hier gut aussehen, wenn man von weiter weg guckt. Und das tut es meiner Meinung nach, wenn man von hier unten guckt, macht es seinen Job, ja. Ja, es ist ein rundes Dach. Wir haben in diesem Game kein rundes Dach in dieser Größe. Also muss man sich irgendwie behelfen, ja. Das ist immer die Sache. Wenn ihr irgendwas nicht habt, was ihr haben wollt, macht es euch, ja. Das Game gibt euch genug Möglichkeiten, das zu machen. Ihr seht es ja hier. Oder hier oben diese, ähm, Teile hier, ja. Das ist einmal ein Dach, das vorgefertigt ist tatsächlich. Und dann haben wir hier dieses Spukhausfenster. Und da dieses Fenster nicht lang genug war, habe ich einfach ein gleiches nochmal dahinter gehauen, ja. Zum Beispiel, ja. Oder hier unten das, ja. Ihr seht schon, hier haben wir einen Haufen Fenster, die nebeneinander sind, um ein großes Fenster zu machen. Ja, und dann hier diese Holzplanken, die einfach so ein bisschen Verstrebung geben, ja. Oder auch, eigentlich soll das hier eine Ziegelwand sein. Das heißt, ich habe mir einfach eine Burgmauer genommen. Also eigentlich sind diese Steine grau. Und habe die rot gefärbt. Sieht jetzt nicht perfekt aus, aber es sieht besser aus, als wenn ich sie grau gelassen hätte, ja. Das ist so das, was ich meine. Oder hier, ich habe keine schrägen Fachwerkhäuser gehabt, ja. Keine schrägen Fachwerkhäuser-Dinger. Ich wette euch, der Hälfte von den Zuschauern ist nicht aufgefallen, dass das hier ein anderes Ding ist, als der Rest, bevor ich es gesagt habe, ja. Und das ist so die Sache, die ich mit diesem Bild hier zeigen wollte. Schreckt nicht davor zurück, irgendwas zu machen, wo ihr denkt, ihr habt die Sachen nicht dafür, ja. Hier zum Beispiel, wie gesagt, ich habe hier einen Haufen Dächer ineinander klippen, ja. Warum? Weil ich dadurch ein rundes Dach fertig kriege, ja. Und das ist immer die Taktik, ja. Versucht einfach, das umzusetzen über jeden Preis, ja. Und probiert so lange rum, bis ihr sagt, okay, es ist wirklich einfach nicht möglich, so eine Form zu kriegen. Aber ich sage es euch, ihr könnt jede Form kriegen. Außer jetzt, obwohl doch selbst ein Ball könnt ihr hinkriegen, wahrscheinlich. Also von daher, es ist scheißegal. Ihr könnt jede Form hinkriegen, glaubt es mir, ja. Dieses Haus ist so ziemlich der Beweis dafür. Weil ihr seht schon, wir haben hier ein normales Haus drin, wir haben hier eine Kurve, wir haben hier noch eine Kurve in eine andere Richtung, wir haben hier einen Turm und so. Also, ja. Ihr kriegt es hin, egal was, ne. Müsst halt dann gucken, dass das Clipping nicht so wie hier halt komisch ist oder so. Ja, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Aber generell kriegt ihr alles mögliche hin mit dieser Engine. Ihr müsst nur Umwege gehen. Das ist das Hauptproblem. Ihr müsst die Umwege gehen und ihr müsst die Umwege finden, ja. Wenn ich euch jetzt alles zeigen würde, was ich hier genutzt habe für dieses Haus zum Bauen, dann wären wir jetzt nicht bei 40 Minuten Rohmaterial, sondern wären schon bei 3 Stunden wahrscheinlich. Und wir würden nie fertig werden. Also von daher, mein bester und an sich einziger Tipp für Advanced Bauen, ja, ist halt wirklich, wenn ihr was Schönes bauen wollt, probiert so lange rum, bis ihr sagt, das sieht schön aus, ja. Einfach alles rumprobieren, was ihr machen könnt, ja. Zum Beispiel, was ich auch ganz gerne mache in Planet Crossroads, das könnt ihr natürlich jetzt nicht in irgendwie, was weiß ich nicht, in Planet Zoo machen oder nicht so wirklich. Aber was ich gerne mache, ist zum Beispiel eine zweite oder eine Station zu imitieren, indem ich jetzt sage, ich stelle halt, hier ist meine Hauptbahn und dann stelle ich eine zweite Bahn, ja, vom gleichen Typ, halt hier nochmal daneben, ja, aber nicht direkt, sondern indem ich hingehe und, ähm, wo ist sie hier? Eine Blockbremse nehme, ja. Dann kann ich die da hinstellen und so tun, als wäre das ein Gleis. Jetzt kann ich einen Test starten und theoretisch sollte sie dann hier stoppen, ja. Also das ist die Kunst, ja, dass der Wagen dann da stoppt. Dann kann ich hier unten diese Station eben nirgendwo verstecken und dann steht hier halt einfach daneben ein Wagen. Ja, okay, nee, stopp nicht, die fährt weiter. Aber guck mal, ähm, sowas addet dann schon sehr viel. Ja gut, das war's jetzt komplett. Aber wenn ihr dann zum Beispiel hier das Planet Coaster-Tipp generell jetzt, aber sowas könnt ihr im übertragenen Sinne auch im Planet Zoo machen, ja. Dass ihr irgendwas baut, was eigentlich nicht so gedacht war, ja. Zum Beispiel so eine Schiene von einer, ähm, von so einer Monowail oder so. Oder von einer Eisenbahn als Thematisierung nutzen. Ja, das geht. Ihr könnt sehr, sehr, sehr viel machen mit Sachen, die nicht zum Thematisieren gedacht sind, ja. Denkt da dran, wenn ihr das nächste Haus baut und probiert einfach mal, ja. Das ist, also probiert einfach mal ist, glaube ich, das Beste, was man dazu sagen kann. Der einzige Tipp, den man wirklich rausgeben kann. Holt euch Sachen aus dem Workshop, guckt an, was die gemacht haben. Probiert Ähnliches zu bauen und, ja. Also das ist auch generell mein bester Tipp zum Lernen von diesem ausprobiertes Playstyle. Geht in den Workshop, holt euch etwas, was so ungefähr so aussieht, wie das, was ihr bauen wollt. Und baut es nach. Ganz wichtig, nicht setzt es selbst rein, sondern baut es nach. Weil erstens werdet ihr dann die Bautechniken verstehen oder eben auch nicht. Und ihr werdet am Ende eine eigene Kreation haben. Weil egal, wie gut ihr das Ding nachbaut, ihr werdet keine 1 zu 1 Rekreation machen davon, ja. Und dadurch werdet ihr besser. Weil ihr dadurch dann diese Techniken lernt, die irgendwo mal genutzt werden, irgendwelche Inspirationen zu haben und so. Und ganz wichtig, speichert euch eure eigenen Sachen ab, weil dann könnt ihr immer mal wieder raufgucken, was ihr so gemacht habt und so, ja. Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Das hatte ich aber schon im letzten Video gezeigt, wie das funktioniert. Und dann würde ich mal sagen, mit diesem Bild hier, ähm, war es das von dem Baututel. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen besser ankommt als das letzte jetzt. Oder dass mein letztes nochmal ein bisschen aufpickt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass gerade Ferien sind und recht viele Leute im Urlaub sind oder so von meinen Zuschauern. Aber irgendwie scheinen weniger Leute zu gucken, ja. Also ich hoffe mal nicht, dass es an der Videoqualität liegt, weil da habe ich jetzt eigentlich nicht so einen großen Rückgang gesehen bei mir. Oder, ja, selber gesehen, sagen wir so. Man selber sieht das ja nicht so ganz. Also wenn da irgendwas ist, wo ihr sagt, woran es liegt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann ändere ich das sofort wieder. Aber, ähm, ja. Die Sache ist, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir nochmal über das Wegetool. Und dann danach fokussieren wir uns mal wieder auf ein bisschen mehr, ähm, Gehege bauen und sowas. Und, ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und, ciao.